Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich hier ein Rezept für gefüllte Zucchini für euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.